Falturm Ich präsentiere Ihnen nun unseren Falturm. Der Falturm ist auf beiden Seiten mit Magneten versehen, sodass die Scheiben durch ein sich änderndes Magnetfeld fallen. Was ist nun der Unterschied? Diese Scheibe besteht aus Kunststoff, elektrisch nicht leitfähig. Sie fällt wie erwartet nach oben. Diese Scheibe ist aus Aluminium, elektrisch leitfähig. Dadurch, dass sie durch das Magnetfeld fällt, werden hier Hörbeströme induziert, die dem äußeren Magnetfeld entgegenwirken.